Ultraschall Encore ist halt ein neues Projekt, Teilprojekt, Initiative, Bewegung, die ich mir habe einfallen lassen, um halt das Problem zu lösen, was ich gestern schon in der Keynote angesprochen habe. Leute sind verwirrt darüber, wie ich denke, dass Audioschnitt funktionieren sollte, haben ganz eigene Vorstellungen davon, wie das doch eigentlich läuft, kommen zum Beispiel aus dem Videobereich, haben dort Shortcuts im Muskelgedächtnis verankert und sind also völlig kirre im Kopf, wenn sie jetzt umdenken müssen. All das würde ich ganz gerne lindern. Es wurde ja angesprochen, warum gibt es da keinen Screencast, der das mal zeigt und exakt das wollen wir jetzt hier mal probieren. Ja, also You Can Do It, das ist nämlich wirklich relativ simpel, ich habe es nur wirklich noch nie gezeigt und es ist wirklich mal an der Zeit zu klären, wie ihr euch euer Ultraschall und im Prinzip auch euer Standard Reaper, das ist also selbst, wenn ihr gar nicht Ultraschall nutzt, sämtliche Dinge, die ich hier zeige, funktionieren auch mit einer Standard Reaper Installation. Ultraschall Encore, also mehr Zugabe, mehr als das, was offiziell ist, das war so ein bisschen der Gedanke hinter dieser Benamsung. Auch das hatte ich gestern schon gezeigt, das sind die Ebenen, die ich jetzt einfach mal von oben nach unten durchwandere, ein bisschen auch vom sehr einfachen zum etwas komplexeren vielleicht folgend. Ihr werdet, denke ich, sehen, aber bis hinten raus ist es eigentlich alles, finde ich, einigermaßen intuitiv und verständlich. Okay, fangen wir mal mit den Shortcuts an. Wir hatten dieses Beispiel, ich gehe auch gleich mal in Reaper rein, damit man das hier alles nachvollziehen kann, dass das Verhalten von Space-Taste und Return-Taste irgendwie nicht intuitiv ist für Leute, die aus der Videowelt kommen. Ja, wir erinnern uns, ich mache hier Space und drücke nochmal Space und es springt wieder in den Anfang zurück. Ich habe also hiermit die Möglichkeit, immer so einen kleinen Loop ablaufen zu lassen. Wenn ich mich aber durch einen Track durcharbeiten möchte, um irgendwie beispielsweise Metadaten zu produzieren oder Marken nochmal zu setzen, wäre es eigentlich schön, wenn der dann auch da stoppt, wo ich stoppe und von dort aus wieder weiterläuft. Das habe ich damals auf die Return-Taste gesetzt. Ja, dann hat man dieses Verfahren hier. Das bringt Leute zur Raserei, die halt aus dem Videobereich kommen und das kann man ändern, denn es ist nichts anderes als ein Tastatur-Shortcut. Wie ändere ich also sämtliche Arten von bestehenden Shortcuts? Entweder indem ich auf das Fragezeichen gehe auf der Tastatur, das heißt also ein Question Mark, startet dieses Fenster hier, Actions, oder aber in der nächsten Release habe ich das hier auch reingebaut unter Customize, Shortcuts and Action List. Das hier nochmal erden. Mal gucken, ob das was bringt. Ansonsten brülle ich hier vielleicht mal einfach nicht so laut rein. Shortcuts and Action List habe ich das hier benannt. Das findet man auch oben im Reiter unter Actions, Show Action List ist also ein bisschen redundant abgelegt an allen möglichen Orten. Dann öffnet sich ein Fenster, das wirklich euer Freund werden sollte. Es ist ein bisschen ein sperriger Freund, denn es hat irgendwie schon ein paar coole Features, ist aber vielleicht alles nicht so komplett selbsterklärend. Was ihr hier jetzt in diesem Fenster seht, ist eine sehr 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 lange Liste von einzelnen Kommandos, die Reaper euch mitliefert. Das heißt, sobald ihr also einen Standard Reaper installiert, bekommt ihr diesen ganzen Zoo an sogenannten Actions. Ein Action ist definiert in Reaper als macht irgendetwas. Gucken wir uns mal einfach so zwei, drei an. Die meisten sind so formuliert, dass man sich aus ihrer Beschreibung hier in etwa herleiten kann, was eigentlich passiert. Was weiß ich? Close all projects but current. Also wenn ich mehrere Projekte gleichzeitig aufhabe, werden alle dicht gemacht, außer das, was gerade auf ist. oder Composition takes activate next composition. Also eigentlich, ein bisschen nervig hier das Feedback, findet man sich da ganz gut zurecht. Unsere Ultraschall Actions, die wir selber hinzuprogrammiert haben, findet ihr standardmäßig nach einer Vanilla Install von Ultraschall alle im oberen Bereich. Und die sind auch alle benannt mit Ultraschall Doppelpunkt. Sollten die aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht oben auftauchen, könnt ihr eine Echtzeitfilterung machen, indem ihr einfach hier oben anfangt, was reinzutippen, beispielsweise Ultra. Ja, und schon wird die Liste, ohne dass ihr Return drücken müsst, gedrill daunt, sodass nur die Aktionen übrig bleiben, in denen das in der Beschreibung drin ist. Ich gebe jetzt mal Take ein. Ja, und ihr seht, es ist auch egal, ob es vorne oder hinten oder irgendwo steht. Das ist also schon eine saubere, trunkierte Suche hier. Jetzt sind nur noch Actions drin, die irgendwas mit einem Take anstellen. Das heißt also, hierüber könnt ihr euch, wenn ihr irgendwas sucht, inhaltlich einfach mal ein paar Begriffe rein tapen. Beispielsweise Normalisierung suche ich mal. Ja, so Normalize möchte ich machen. Ich war mir jetzt noch nicht mal sicher, ob es jetzt Englisch oder Britisch oder Amerikanisch geschrieben ist. Von daher habe ich jetzt nur ein bisschen Normalize gemacht und nicht S oder Z. Ich sehe aber, es sind Amis, mit Z geschrieben. Das sind jetzt also sämtliche Actions, die mir vielleicht helfen, eine Normalisierung auf irgendetwas durchzuführen. Ja, also das ist wirklich so ein bisschen so der Word-Ansatz. Bevor ihr den Support, sprich uns fragt, hey, mir fehlt Feature XY, tippt das mal einfach so, wie ihr es ungefähr benennen würdet in diese Actionlist rein. Vielleicht ist es schon längst da und ihr habt es nur noch nicht gewusst. Der zweite Weg, wie ich hier drin suchen kann, ist umgekehrt, nämlich über Find Shortcut. Das heißt, ihr wisst jetzt, auf der Space-Taste ist eine Aktion und auf der Return-Taste ist eine Aktion. Ich möchte genau andersrum haben. Dann könnt ihr hier Find Shortcut angeben und jetzt Type Key or Move Controller. Ich gehe auf Space und dann springt er automatisch an die Stelle, wo genau diese Aktion definiert ist. In dem Fall jetzt hier Start-Stop-Save-Mode. Und ihr seht hier oben drüber, genauso kann ich es jetzt mit Return halt auch machen, ist also Start-Pause-Save-Mode. Wenn wir das jetzt umdrehen wollen, weil ich halt wie gesagt vom Videobereich komme und das so einfach nicht ertragen kann, merken wir uns einfach jetzt diese beiden Aktionen und sagen, ich delete hier von dem Return das raus, adde es hier unten, drücke die Taste, die es bekommen soll, nämlich Space, muss dafür wahrscheinlich hier Special-Key aktivieren. Genau ein paar Tasten sind reserviert, so unter anderem die Space-Taste. Da muss ich hier unten sagen, ich möchte auch jetzt Special-Key-Tasten abfragen können. So, jetzt meckerte er schon, hm, dein Space ist schon belegt, nämlich mit der unten drunter. Soll ich es überschreiben? Weil jede Aktion kann natürlich nur auf einer Taste liegen. Sag ich ja wohl, überschreib es und gib jetzt dem unteren mit add das Return mit. Wieder Special-Key-Return. Okay. Jetzt habe ich die beiden umgedreht und sage Close. Gucken wir mal. Ja, ich habe jetzt Return gedrückt, dann springt er zurück, Space geht dann nach vorne. Ja, das ist also ein super entspannter Weg, um bekannte Shortcuts anzupassen an euer Muskelgedächtnis. Ich liebe Muskelgedächtnis, es ist eine der geilsten Features, die wir Menschen haben, finde ich. Und auch völlig irrational. Plötzlich kann man Dinge, die man seinen Fingern nie gesagt hat. Echt cool. Unterstützt das. Weg von der Maus. Was ich eben schon eigentlich mitgezeigt habe, ist hier der Spiegelstrich bisher unbelegte Aktionen oder Makros mit welchen versehen. Ja, das heißt, auch wenn ihr jetzt hier seht, okay, es gibt schon zu einer Menge Sachen Shortcuts, aber mir fehlt nur wirklich genau hier die Funktion XY, von der ich weiß, sie ist da und ich möchte sie drin haben. Ja, sucht sie in dieser Liste, wählt sie aus, geht auf Add und gebt dem Ganzen irgendwie die Taste. Das kann dann auch irgendwie sowas wie Alt-Option-Kombination, Option-Shift-K, ja, da kann man sich also beliebig austauschen. Und so könnt ihr euch also ein Zoo von bestimmt 500 verschiedenen Features und Aktionen auf die Tastatur drauf mappen. Ich würde sagen, dass wirklich 90% aller sinnvollen Dinge, die man in einer DAW und in einem Podcast-Universum in Sachen Audio tun kann, schon hier irgendwo in dieser Liste drum schlummert, ja. Also sucht da mal ein bisschen rum, was da nicht noch alles so für Trüffel versteckt sind. Die nächste Ebene, die ein bisschen komplizierter ist, sind sogenannte Makros. Makros ist eigentlich wiederum sehr simpel zu verstehen, nämlich ist einfach nur eine beliebig lange Kette von hintereinander geschalteten Actions. Das heißt, wenn ihr immer einen Ablauf braucht, selektiere alle Items auf Spur 1, lösche sie weg und spring mit den Cursor an den Anfang. Dann wären das drei verschiedene Action-Schritte. Die kann ich mir natürlich jetzt einzeln auf irgendwelche Tastaturen drauflegen. Ich kann daraus aber auch ein Makro bauen. Makro bauen geht sehr, sehr einfach. Da sage ich nämlich einfach, gehe ich hier auf New ... Und jetzt kann ich links beliebige Aktionen nehmen und einfach rüberziehen und die hier rechts in eine Reihenfolge bringen. Nehmen wir jetzt mal diese drei. Die machen überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich mache es jetzt mal einfach. Gebe dem Ganzen einen Namen. Testing. Und gehe auf OK. Und schwupps habe ich jetzt ganz gleichberechtigt einsortiert in dieser Liste hier mein Testing-Makro, was diese drei Schritte hintereinander abfeuert. Und die kann ich natürlich jetzt wieder mit irgendeinem fancy-schmancy Key belegen. Jetzt habe ich meinen Shortcut draufgelegt. Und das war schon das Makro. Ja, mehr ist es nicht. Ich kann innerhalb dieser Makros keine Schleifen oder Bedingungen oder ähnliches abbilden. Sondern es ist wirklich nur ein Nacheinander ablaufen von Actions. Aber immerhin. Ihr werdet das auch wieder los. Ich lösche das mal wieder mit Delete. Wir haben ein paar Makros hier auch mitgeliefert. Beispielsweise Slice and Add Metadata. Makros sind alles die Geschichten, wo zwar Ultraschall vorsteht, aber hinten kein Sternchen dahinter ist. Sternchen steht für Lua Script. Slice and Add Metadata ist also offensichtlich ein Makro. Und wenn ihr auf Edit geht, seht ihr, es besteht auch nur aus zwei Aktionen. Nämlich Split Items at Time Selection und dann Rename Takes. Dann wird ein Umbenennungsfenster geöffnet. Ja, das war also die ganze Aktion, die ich da an der Stelle ja programmiert, kann man es nicht nennen, sondern wirklich zusammengeklickt habe. Das heißt also in dieser Kombination aus sehr, sehr vielen Actions, die frei in Makros zusammenschweißen können, plus sie mit Tastaturen belegen, kann man schon eine Menge Unfug treiben. Ja, beliebig lange Ketten von Aktionen, die ich dann wiederum über Shortcuts aufrufen kann. Buttons kann ich auch verwenden. Ich habe ja gestern sehr lange über Buttons geredet. Buttons sind für euch dann gut, wenn ihr weniger tastaturaffin seid und das mit dem Muskelgedächtnis alles anprangert und sagt, das muss überwunden werden. Und stattdessen ihr einfach irgendwo hier in der Reaper GUI noch gerne einen zusätzlichen Button haben möchtet, für die eine Aktion, die ihr irgendwie ständig braucht. Auch das geht relativ einfach. Man muss da zuerst einmal wissen, dass es unterschiedliche Bereiche für Buttons gibt. Nämlich es gibt einen Bereich, wo wir nicht so ohne weiteres drankommen, das sind die Buttons hier oben in der Transportleiste. Die sind also vorgegeben durch das System, da komme ich so ohne weiteres nicht dran. Wo ich aber dran komme, sind dieser Bereich hier oben und diese drei Bereiche hier unten. Das seht ihr jetzt auf dem Beamer nicht, aber inzwischen gibt es noch so Greifpunkte, wo ich da die Sachen hin und her schieben kann. Das heißt also, hier unten habe ich so drei Button-Gruppen definiert und die einfach in die Seite reingelegt. Ihr könnt die Position von Button-Gruppen auch verändern. Das heißt also, wenn ihr hier auf die rechte Maustaste geht, dann seht ihr zum einen, also irgendwo im Bereich, wo Buttons sind, rechte Maustaste drücken. Dann bekommt ihr so ein kleines Menü. Dann habt ihr zunächst mal unter Switch Toolbar alles, was innerhalb unserer Distribution an Button-Gruppen bisher definiert worden ist. Da muss ich ehrlich gesagt mal aufräumen, das sieht ein bisschen schlecht aus hier. Ihr habt aber auch hier zum Beispiel die Option Position Toolbar. Und jetzt könnte ich mal sagen, okay, ich möchte jetzt hier genau die View-Umschaltung at Top of Main Window haben. Und jetzt hat er die hier oben rüber geschoben. Das kann zum Beispiel jetzt eine ganz gute Herangehensweise sein, wenn ihr wirklich Button-Freak seid und für jeden das einzelne Editing-Kommando, wie irgendwie Ripple, Cut und was wir nicht alles so haben, gerne einen eigenen dezidierten Button zum Draufdrücken haben möchtet, habt ihr jetzt hier oben mal Platz für irgendwie 30 Buttons, die ihr nebeneinander legen könnt. Wie kriege ich jetzt hier einen neuen Button rein? Ihr geht einfach mit der rechten Maustaste drauf und geht dann auf Customize Toolbar. Und jetzt kriegt ihr hier ein relativ selbsterklärendes Fenster, wo ihr sehen könnt, das sind die Optionen, die jetzt schon mit Buttons belegt sind. Und jetzt könnt ihr einfach auf Add gehen, öffnet wieder das Actions-Fenster. Das heißt also, es sind immer dieselben Instrumente, mit denen wir jetzt hier arbeiten bei den ganzen Geschichten. Und sagen, okay, ich möchte, sagen wir mal kurz, was wollen wir mal haben? Delete Last Marker, hat noch keinen Button abbekommen. Sage Select Close, dann habt ihr jetzt hier Delete Last Marker reingespracht und ich gehe mal auf Save und Close. Und schwupps habt ihr hier oben einen neuen Marker. Ich setze mal zwei Kapitelmarken, gucken wir mal, ob das funktioniert. Der sollte jetzt die letzte davon löschen. Funktioniert. Hurra, ihr habt einen Button gebaut. Dieser Button sieht ein bisschen scheiße aus, im Sinne von, er ist einfach nur mit einem Text belegt. Das heißt also, jeder neue Button, den ihr ins System reingebt, kommt erstmal nicht irgendwie nett und flauschig daher oder h6ig, sondern er nimmt sich den Anfang davon, wie dieses Action oder Makro, ist also egal, ob ihr ein Makro jetzt auf den Button legt oder eine einzelne Action, nimmt sich die ersten Buchstaben davon und schreibt die halt jetzt hier in diese Fläche rein. Wenn ihr nicht in die professionelle Buttonproduktion einsteigen wollt, so wie ich, könnt ihr aber folgendes machen. Wir gehen nochmal wieder in Customize Toolbar und können hier unten sagen Icon und dann Change Icon. Und hier habt ihr schon mal so einen kleinen Icon Zoo. Das meiste davon wird von Reaper mitgeliefert. Dieser obere Bereich, das sind meine selbst definierten Buttons und Icons halt. Das sind Grafiken, die nach einem bestimmten Prinzip aufgebaut sind. Die findet ihr im Dateisystem auch relativ einfach. Das heißt, ihr könnt da ja noch selber kreativ werden und euch selber euren Button malen. Um erstmal mit der ganzen Logik ein bisschen warm zu werden und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich mir so eine GUI ein bisschen adaptiere, würde ich erstmal empfehlen, geht mal noch nicht so auf Pixel Perfect, sondern sucht irgendetwas aus, was semantisch hier einigermaßen passt. Hier ist ganz schön viel abgebildet. Also ich würde mir durchaus zutrauen, so 80 Prozent der Sachen, für die ich meine Buttons selber gemalt habe, hier unten auch aus der Standard Library rauszuholen. Also für irgendwie normales Handling ist das eigentlich gar kein schlechter Weg. Jetzt sage ich also, Delete Last Marker hieß die Geschichte. Das hier sieht zum Beispiel so ansatzweise so ähnlich aus. Probieren wir das einfach mal. Wir sehen auch, da unten ist es jetzt schon drin. Ich sage auf Save und Close. Und schwupps haben wir jetzt hier so ein Pfeil. Semantisch sollte der eher rot sein, so für irgendwie dieses Löschen. Nichtsdestotrotz, er funktioniert jetzt genauso als Button. Das heißt also, mit dem Mechanismus könnt ihr in allen Bereichen, die ich hier definiert habe als Toolbar-Bereiche, könnt ihr neue Buttons reinschieben. Ihr könnt die Position von bestehenden Buttons verändern. Müsst aber dabei bedenken, dass, wenn ich Screensets umschalte, sich da eventuell wieder Dinge verändern. Dazu komme ich aber hinterher, wenn ich Screensets erkläre. Aber bis hierher gilt also schon mal, Buttons selber in die GUI einfügen, eigentlich kein Problem. Und ihr habt verschiedene Orte, an denen ihr die andocken könnt. Ihr habt hier ein großes Repositorium von Toolbars, die auch noch völlig frei sind. Da könnt ihr euch also wild austoben. Das wäre vielleicht so der sinnvollste Ansatz, zu sagen, okay, die offizielle Ultraschall-GUI, die lassen wir so, wie sie ist, damit ich auch in den Screencast zukomme. Und oben drüber lege ich mir so eine Custom-Toolbar, wo irgendwie die ganzen Schweinereien drin sind, die ich ständig dann eigentlich doch selber haben möchte. Das macht, finde ich, schon doch eine ganz coole Geschichte. So, Close-Toolbar werde ich die oben wieder los. So, und hier, ach, ich lasse das Icon mal drin. Tut ja keinem weh an dieser Stelle. So. Eine Sonderfunktion von Buttons ist, sie können einen Status haben, nämlich an-aus. Das setzen wir schon an verschiedenen Stellen ein. Beispielsweise bei dem, was ich gestern gezeigt habe, mit dem, mit der Cuff-Button-Spur hier, also der Reusper-Tastenspur. Ja, das Icon wird gedrückt und gelb, wenn ich sie quasi aktiviere. Und es gibt ein paar andere, die genauso funktionieren. Beispielsweise hier das Ripple-Edit. Das kann ich für eine Spur aktivieren oder für alle Spuren aktivieren oder ich kann es deaktivieren. Und entsprechend bleibt dieser State hier auch erhalten. Ja, also das Ripple-Edit, dass ich alle Spuren jetzt hier mitnehmen kann, das bildet sich dauerhaft ab. Genauso auch, in welchem View bin ich eigentlich hier gerade unterwegs oder welches meiner Routing-Presets habe ich gemacht. Die sind alle hier mit einem State versehen und das jeweils aktive ist halt gelb und ausgewählt. Ob ein Button so ein State haben kann, hängt von eigentlich zwei Parametern ab. Nämlich zum einen muss die Aktion dahinter State-mäßig Sinn machen. Ja, also wenn ich halt beispielsweise jetzt die Aktion, die wir eben gebaut haben, lösche mir die letzte Kapitelmarke raus. Da gibt es kein State. Das passiert halt einfach und dann gibt es vielleicht irgendwie war erfolgreich, war nicht erfolgreich. Das wird an der Stelle aber auch nicht abgefangen. Aber es würde jetzt also für diese Aktion mal schlicht keinen Sinn machen, irgendeinen State einzuführen, weil es halt nicht zwei Zustände gibt. Ihr könnt so Pi mal Daumen ableiten, was Actions sind, die einen State verwalten, indem ihr ein Stichwort eintippt als Filter, nämlich Toggle. Toggle, also hin und her schalten. Da seht ihr schon, das sind immer noch so 200, vielleicht ein paar mehr, Actions, die einen State haben können. Toggle meint also immer innerhalb der Reaper-Logic halt mehrere Zustände, meistens hin und her switchen zwischen zwei Zuständen. Wenn ihr also eine Action habt, die so einen Toggle-State unterstützt und das dann eigentlich auch immer im Titel drin hat, also mit einiger Sicherheit ein Button, der State kriegen soll, braucht auch eine Toggle-Action. Nicht immer, es gibt ein paar weniger Ausnahmen, aber meistens ist es so. Dann könnt ihr dort einen entsprechenden Button bauen. Der zweite Punkt ist ein grafischer. Dafür gehe ich jetzt mal kurz ins Dateisystem rüber und gehe mal in den Ordner, wo ich meine ganzen Grafiken eigentlich abgelegt habe hier. Die liegen alle offen bei euch im Dateisystem. Unter User, also unter Gehe zu, Library und dann Reaper und dann Ultraschall. In diesem Fall jetzt hier Ultraschall 2, weil wir jetzt auf der 2er-Release unterwegs sind. Dort findet ihr wirklich in den allermeisten Fällen als PNGs die ganzen verschiedenen Buttons, die ich alle gemalt habe, drin. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mal so einen Toggle-Button. Das ist jetzt also hier eine der Routing-Matrix-Snapshots, die Tasse Bier in dem Fall. Das heißt also, das wohlverdiente Kaltgetränk nach der Sendung sollte das hier symbolisieren. Das heißt also, das ist das Routing, wenn alles im Kasten ist und ich noch so ein bisschen Aftershow mache, mit dem Chat noch ein bisschen Quatsche. Und hier sehen wir diese drei verschiedenen States, die jetzt in diesem Icon abgesetzt sind. Nämlich, es ist normal, es hat eine Hover-Funktion. Was passiert also, wenn ich mit dem Mousezeiger drüber bin? Und das hier ist gedrückt und aktiviert. Ihr findet in diesem Ordner auch, wenn ihr wirklich kreativ werden wollt und es darauf anlegt, von mir eine Photoshop-Vorlage, in der die Logik dieser ganzen Button-Mahl-Geschichte drin abgelegt ist. Die werde ich jetzt hier nicht erklären, weil dafür muss ich noch einen Crash-Kurs in Photoshop machen. Aber wer von euch Photoshop kann, kriegt damit also sehr, sehr einfach, ich habe unendlich viel Zeit investiert, da eine gute Logik reinzubringen. Ihr müsst nur einmal das Icon malen und dann ist es immer sauber in sämtlichen States gleich durchgemorft. Könnt auch noch unterscheiden, ist es irgendwie ein komplett alleinstehendes Icon, ist es oben in einer Liste, ist es unten in einer Liste, dann sind die Kantenabrandungen ein bisschen unterschiedlich. Da habe ich also schon eine Menge Hirnschmalz rein verbrannt in dieses ganze Thema. Das könnt ihr einfach nachnutzen. Ich habe sämtliche Photoshop-Vorlagen, kommen mit der Release mit und landen einfach hier in diesem Ordner drin. Darum ist der auch so dick und fett. Ansonsten wäre der ein bisschen kleiner. Worauf ihr achten müsst, ist auf jeden Fall, dass ihr die richtigen Abmessungen nehmt. Das heißt, dass jetzt hier drei Buttons nebeneinander sind, obwohl es ein PNG ist, ist es einfach durch die Pixelbreite definiert. Reaper gibt vor, wie groß die Icons sein dürfen. Daran ist nicht zu drehen. Ihr könnt natürlich tricksen und sagen, okay, ich nutze, es ist ja ein PNG, ich nutze Transparenz und mache kleinere Icons. Das geht, aber es gehen leider, leider keine größeren Icons. Also diese Einzelpixelmaße hier sind vorgegeben. Ebenso die Logik, links normaler Status, Mitte Hover, rechts gedrückt. Daran ist man schlicht einfach nicht zu rütteln. Es gibt ein paar andere. Wenn ihr wirklich in den Bereich Theming rein wollt, noch ein paar andere Logiken, wie beispielsweise jetzt hier in diesem PNG ist festgesetzt, wie die ganzen Scrollbars funktionieren. Eine der grafischen Anpassungen, die ich jetzt für die 2.2er Release noch gemacht habe, die habe ich nochmal radikal vereinfacht und simplifiziert und auch da alles Koriomorphen-Effekte rausgeworfen. Da seht ihr aber auch schon so in etwa, wie es funktioniert. Ihr erkennt solche Spezialgrafiken immer daran, dass hier 100% Magenta-Kanten drin sind, die trennen für euch verschiedene Elemente. Das heißt, also das sind jetzt hier auch so Hover-States. Hover ich gerade über dem Geschichte habe ich rausgeworfen an der Stelle, um die Sache simpler zu halten. Also da könnt ihr dann schon relativ tief ins Theming reingehen, seid aber eigentlich immer nur auf Bitmap-Informationen unterwegs. Also eine Sache, die, wenn man halt Photoshop kann, dann noch einigermaßen gut unter Kontrolle hat. Die Buttons selber sind alle monochrom, das heißt also einfarbig, halt leider nicht vektorisiert, das wäre halt geil, nicht retinarisiert, das wäre auch geil, gibt es aber halt mal einfach nicht. Aber solange ihr also irgendwie monochrome Buttons baut, beispielsweise aus Font Awesome einfach rauskopiert, auf die Größe skaliert und reinwerft, könnt ihr euch also sehr schnell mit diesem Photoshop-Reset von mir selber einen Button-Design, der dann auch gut hier in das Look in 4 reinpasst, weil er sich dann eigentlich wie ein Original-Button von mir anfühlt. Ihr könnt aber auch gerne Vorschläge dann ins Sendegate reinposten, erzähle ich hinterher noch was zu und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen Detailverschönerung machen. Okay. Wie gesagt, Toggle State, ein bisschen komplizierter, aber solange ihr die richtigen Actions nehmt, eigentlich auch kein Problem. Es gibt noch eine Profi-Experten-Variante von Toggle State, die werde ich jetzt hier aber nur sagen, dass es die gibt, damit ihr es mal gehört habt. Die zu erklären wäre wirklich umfangreicher. Das findet ihr unter Extensions im sogenannten Cycle-Action-Editor. Hier kann man nochmal eine Modellierung machen von komplizierteren States, wo man beispielsweise auch If-Abfragen drin versenken kann. Das heißt also, wenn dieser State gegeben ist, dann mach folgendes und schalte noch jenen Button um. Das heißt also, das ist nochmal so eine Art Mikro-Coding-Geschichte, die wir hier haben und die nutze ich an dieser Stelle etwa, um diese Logik umzusetzen. Es kann immer nur ein Routing-Button definiert sein. Können wir einfach mal gucken, wie jetzt hier so eine Geschichte aussieht. Das ist dann hier so eine Exclusive-Toggle-Description, die dann hier funktioniert. Oder auch das Ripple-Edit organisiere ich damit, um über mehrere Buttons hinweg eine Logik abbilden zu können. Aber das ist dann so ein Bereich, wo einem auch langsam das Hirn ein bisschen weich kocht. Also tastet euch da vielleicht dann eher ein bisschen vorsichtiger dran und baut erst mal ein paar normale Buttons. Farben. Da kann man sehr schnell sehr viel Schreckliches anrichten. Aber trotzdem, ich höre euren Ruf nach einem helleren Theme. Probiert das einfach mal aus, wie weit er da so kommt. Im Wesentlichen habe ich das jetzt auch im Podcast-Menü abgesetzt unter Customize und zwar unter Show Theme, Tweak und Configuration Window. Das sind jetzt hier für unser Ultraschall-Theme alle Farben, die ich jetzt für die GUI hier definiert habe. Das sind also auch, ich glaube, knapp 200 Handverlesen von mir. Wirklich Stunde um Stunde um Stunde um Stunde habe ich da also wirklich um Prozent Schattierung gerungen. Es ist wirklich ein hartes Brot. So eine GUI wirklich konsistent so hinzubekommen, dass es a schick aussieht und b aber einigermaßen genug Kontrast hat, dass es auf verschiedenen Displays gut funktioniert. Das Ganze ist jetzt relativ simpel umzustellen. Ich kann mal eben gucken, ob irgendwo hier mal eine ist, die wirklich nahezu alles gleich umwirft. Window Background beispielsweise ist jetzt hier auf einem 20% dunklen Grau. Wenn ich das jetzt mal umstelle, ist also hier unten jetzt offensichtlich schon mal der Hintergrund von Textfeldern jetzt farblich umgestellt worden. Ihr könnt jetzt also relativ interaktiv hingehen, leider nicht, dass man es direkt sieht, sondern ihr könnt es immer erst verschieben und auf OK und dann sieht man die Auswirkungen der ganzen Geschichte. Und ja, super. So könnt ihr halt, gehen wir mal wieder auf 20%, also auch der Unterschied dann zwischen 20 und 25% an solchen Geschichten ist echt wichtig, was hinterlesbarkeit angeht. Also geht da mit einem gewissen Respekt ran an die Sache, wenn ihr an Farben dreht. Seid euch immer bewusst, ihr müsst erstmal rauskriegen, welche dieser Bezeichnungen hier bemeint jetzt eigentlich welche Stelle. Anders als bei den Actions, die ich vorhin gezeigt habe, ist das hier nicht mehr wirklich intuitiv. Das heißt also, es ist über weite Teile Try and Error. Dinge, die eigentlich so benannt sind, als müssten sie es ändern, ändern vielleicht ganz woanders was, was ihr gerade aber nicht seht. Das heißt also, eine böse, böse Theming-Falle ist, ihr probiert irgendwo was rum, wollt einen Wert ändern, ändert was, es passiert gar nichts, weil das entsprechende User-Interface gerade nicht sichtbar ist und ihr klickt sofort weiter und ändert das nächste und vergesst aber, dass ihr vorher irgendwas geändert habt. Das ist böse, das wollt ihr nicht. Es gibt ein Werkzeug, was euch ein bisschen helfen kann, das habe ich auch hier abgelegt in diesem neuen Customize-Ordner, das ist nämlich der Show-Theme-Element-Finder. Der macht folgendes, er dunkelt die ganze GUI hier ab auf schwarz und jetzt könnt ihr irgendein Element auswählen, Empty Mixer List Area beispielsweise und das wird jetzt hier so in Mangenta hochgefahren und ihr seht, okay, wo ist dieses Element? Richtig schick wäre es halt, ihr seht, ich kann jetzt ganz viel anklicken und es wird nie was gehighlighted, das sind halt alles GUI-Elemente, die jetzt gerade irgendwo einfach nicht sichtbar sind halt. Trotzdem kann man sich da so einigermaßen dran lang klammern. Beispielsweise sehen wir jetzt hier, das wäre die Farbe, in der der Cursor selber funktioniert. Das wäre jetzt also Edit Cursor, jetzt würde ich wieder rüber gehen ins andere Menü und würde dann dort die Farbe anpassen. Das ist schon einigermaßen schmerzhafter Prozess und sinnvollerweise, wenn ihr ein echtes Light Theme bauen wolltet, müsstet ihr natürlich auch dann an die Buttons ran, weil jetzt also meine Dark Buttons auf einem ansonsten hellen Hintergrund sehen auch scheiße aus. Also da müsst ihr dann auch die Photoshop Vorlagen nehmen und da die Presets ändern und dann die ganzen Buttons noch einmal alle rumrendern. Alle Buttons, die ich gemacht habe, sind in einer einzigen Photoshop Datei drin, in unterschiedlichen Layern. Das heißt also, ihr schaltet einfach nur die Ebenen um und könnt dann relativ schnell eure Buttons am Stück rausrendern, wenn ihr einmal die Grundspielregeln durch Filter oder ähnliches darin geändert habt. Also ich habe mich wirklich bemüht, das so zu bauen, dass man es relativ schnell recyceln kann, aber geht vielleicht auch durchaus noch besser. Also Vorsicht, bei Farben, aber es geht. Screensets, auch ein Feature, was glaube ich weitestgehend unbekannt ist. Ich habe es am Anfang mal immer gerne gezeigt, habe aber die Vermutung, dass viele Leute es auch entweder nicht, noch nie verstanden haben oder noch nie ausprobiert haben oder dass es vielleicht auch einfach ein Feature ist, was doch nicht so viele Leute interessiert. Screensets ist das, was ihr hier unter Views umschalten könnt. und der Grundgedanke, den ich immer hatte, war ja, so eine Podcast-Produktion folgt einem Workflow. Ich richte erst Dinge ein, dann ist die eigentliche Aufnahme, dann habe ich nach hinten raus ein Editing und publiziere das Ganze und man braucht während dieses Workflows unterschiedliche Werkzeuge, die sind dann einfach unterschiedlich wichtig. Also beispielsweise, wenn ich mein Setup habe, ist sie eben schon das A und O, dass ich die Routing-Matrix sehe, um zu gucken kann, ist hier alles richtig verschaltet. Die brauche ich aber überhaupt nicht mehr, wenn die Aufnahme läuft. Stattdessen will ich da eine große Uhr haben und ich möchte hier meine Kapitelmarkenverwaltung haben. Und das schalte ich halt um mit diesen Views hier. Ob jetzt aber meine Annahmen darüber, ob das denn nun so ist und für euren persönlichen Workflow funktioniert oder nicht richtig ist, keine Ahnung. Darum gibt es die einfache Möglichkeit, sich selber Screensets zu definieren. Ihr erreicht das, indem ihr hier einfach mal auf Views klickt und dann habt ihr nämlich hier ein Screenset und Layout-Editor. Und da seht ihr, dass jetzt also diese vier Screensets von oben nach unten, Setup, Record, Editing und Storyboard, der ja in der letzten Release dazugekommen ist, dass man die sowohl über die F-Tasten auswählen kann. Ich muss also auch nicht über die Icons gehen, sondern die liegen auch auf den F-Tasten. Und wenn ich jeweils dieselbe F-Taste mit Shift anaufrufe, wird der View, den ich gerade eben sehe, dort reingeschrieben und ich überschreibe quasi das bisherige Setup. Bitte ins Mikro. Da an der Stelle noch die Bitte, da aus den Views und Routing noch so, das irgendwie mehr Button-mäßig zu machen, weil das ist so ein Schriftzug und ja, man erkennt das nicht als Button. Also bis zu dem Screencast dachte ich auch, ah, das ist ein Button, okay. Ich habe das gestern in der Wir bauen uns einen Ultraschall-Setup auch gezeigt, unten mit den Routing-Snapshots und habe dann kurz gesucht und fiel mir wieder ein, ach, ich muss doch auf Routing klicken. Ja. Ja, ja, ich, I see your point. Es ist schwierig, aber, ne? Ja, der Punkt ist, ich brauche halt, ihr ahnt es, an der Stelle einfach den Pixel-Space, ja. Also sprich, das ist jetzt so mit Mikroschrift schon gesetzt hier, die einzelnen Pixel, dass ich das eigentlich nicht noch so zusammengedrückt bekomme, dass ich links und rechts hier meinen normalen Button-Auflauf habe. Aber okay, ich denke nochmal drüber nach, vielleicht fällt mir nochmal irgendwas zu ein, dass ich noch einen separaten Edit, also einen Plus zum Beispiel oder irgendwie ein Edit-Icon oder sowas noch zusätzlich zu der Benamsung drunter setze, das kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Okay, also mit diesen Views könnt ihr also hingehen und eure eigenen Vorstellungen verwirklichen. Beispielsweise, wenn ihr jetzt sagt, hm, ich will auch im Recording immer die Routing-Matrix drin haben, aus Gründen, ja, könnt ihr das einfach euch so einrichten, wie ihr möchtet. Ihr könnt ja auch die verschiedenen GUI-Elemente euch hin und her schieben, wie ihr wollt. Dazu habe ich allerdings mal einen Screencast gemacht, den guckt man sich dann besser an. So, und wenn ich dieses Setup jetzt abspeichern möchte, weiß ich halt, es ist jetzt der zweite View, der liegt also auf der F8 und jetzt drücke ich also mal Shift-F8. Jetzt fragt er mich, möchtest du das wirklich überschreiben? Ich könnte jetzt auch ein fünftes anlegen oder ein sechstes und den, wie eben gezeigt, mit neuen Buttons beispielsweise belegen. Gehe jetzt aber mal auf Save, ja, und schwupps, habe ich also jetzt dauerhaft für all meine Projekte dieses neue Screenset hier gespeichert. Was man alles an Elementen da reinschmeißen kann, findet sich gut hier unter Views. Ja, also nahezu alles, was ihr hier in dieser Liste seht, noch an speziellen Views, die Reaper einem bereitet, kann man auch problemlos hier unten in diesen Dock-Bereich reinschmeißen. Okay, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, aber das Wichtigste kommt ja noch, nämlich Lua und Scripting. Das waren jetzt alles Sachen, die ich bisher gezeigt habe, die man eigentlich so im Click-Mich-Bunti-Bereich verorten würde. Das heißt also, man kann sich das sehr einfach ohne jegliche Programmierkenntnis zusammensetzen und kommt damit dank der sehr, sehr vielen Actions auch schon sehr weit. Aber früher oder später kommt man vielleicht doch auf die Ebene, wo man sagt, hm, genau diese Aktion oder genau dieses Makro fehlt mir jetzt einfach mal. Das ist in dieser Action-Liste nicht vorgegeben. Dann ist es Zeit, mal selber die IDE zu schwingen und sich mal mit der API zu beschäftigen, die Reaper mitliefert. Und eure erste Anlaufstelle ist hierfür auf Help zu gehen und dann Rear-Script-Documentation. Jetzt wird bei euch lokal einen HTML-Help-File hochgeladen, wo der für eure wirklich real installierte Installation genau der gültige API-Stand definiert ist. Das liegt jetzt nicht irgendwo im Internet, sondern es bezieht sich wirklich auf die Version, die ihr installiert habt. Ihr habt hier diesen ganzen Zoo von API-Calls. Also wer sich mit APIs ein bisschen auskennt, der weiß so, naja, die haben so drei Calls oder vier Calls. Die Flickr-API war schon relativ umfangreich, aber ich glaube, die hatte auch nicht mehr als irgendwie fünf oder zehn. Das hier sind, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, ich weiß nicht, 200 oder sowas. Ihr kommt an fast alles ran. Wir haben jetzt also in irgendwie zwei Jahren Ultraschall wirklich sehr selten den Moment gehabt, wo wir gesagt haben, okay, so da kommen wir jetzt irgendwie auch über die API, stoßen wir hier auf harte Grenzen. Es ist nicht ganz trivial, damit umzugehen, das zeige ich gleich, aber man kann wirklich crazy Geschichten machen. Beispielsweise das, was wir jetzt in die zwei Zweier noch gerne einbauen würden, ist halt ein Eingriff von hinten in die Routing-Matrix. Das wäre so sagen, sobald ich eine Studio-Link-Spur anlege, es wird in die Routing-Matrix diverse Werte gesetzt und zwar unabhängig davon, wie euer Audio-Setup gebaut ist. Das wir da so wirklich erstmal analysieren, wie ist euer Setup und dann die richtigen Felder in der Routing-Matrix setzen. Das wird nicht so ganz trivial, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das mit der API hier hinbekommen. Der große Dealbreaker der API ist die Dokumentation. Die ist für mich leider, leider große Scheiße. Wenn ich jetzt also mal irgendwo hier anklicke, dann ist ja in den meisten Fällen noch nichtmals beschrieben, was dieses Kommando eigentlich tut. Das muss man sich also vom Namen her leiten. Ihr habt also immerhin schon mal die Parameter, die ich dem Ganzen gebe. Die werden aber auch nirgendwo erklärt. Also was genau ist jetzt ein Rear-Project-Stern oder eine GU-ID-Stern? Ja, schon, aber was bezeichnet der halt genau? Wenn ihr Glück habt, steht ein karger durchersatz, was der API-Call macht. Wie beispielsweise jetzt hier, get parent track of media item take. Dann liegt nahe, dass media item take das ist, was ich der API übergebe hier an der Stelle. Jawohl. Und ihr habt nochmal die verschiedenen Sprachen aufgelistet hier, in denen ihr das abfeuern könnt. Das ist in dem Fall jetzt Eel, Lua oder Python. Wir haben angefangen mit Python, weil ich sowieso mal ein bisschen Python lernen wollte. Das habe ich dann aber sofort wieder bleiben lassen, als ich mal versucht habe, das auf Windows zum Starten zu kriegen. Ich habe also irgendwie zwei Stunden meines Lebens damit verbraten, auf Windows 7 Python zu installieren, sodass auch Reaper es findet, ich bin kläglich gescheitert. Das war dann exakt der Moment, als auch in der aktuellsten Reaper-Version Lua eingebaut wurde. Lua ist eine ziemlich coole Sprache mit einem noch cooleren Buch. Ich verdiene nichts daran, aber das wäre der Moment, in dem jetzt doch das Bild mal umgeschaltet wird. Das ist, glaube ich, die coolsten Programmier-Nerds hier oben drauf, die ich so seit längerer Zeit gesehen habe. Da hätten Gesellschaftswissenschaftler viel Spaß mit diesem Foto und was es aussagt. Das ist ein sehr, sehr geiles Programmierbuch, muss ich sagen. Ich habe zugegebenermaßen seit zehn Jahren keine mehr geschrieben. Wenn die jetzt alle so geschrieben sind, kann ich nur sagen, die Welt ist echt besser geworden. Also ein super No-Bullshit-Manual für Leute, die schon programmieren können und einfach irgendwie sich sehr schnell und effizient drauf schaffen wollen, wie tickt Lua eigentlich. Extrem unkomplizierte Sprache, sehr unaufgeregt, extrem gut lesbar, wenig irgendwie Konventionen, die einem da so im Wege stehen. Und für das, was wir hier überhaupt machen, nämlich im Wesentlichen API-Calls irgendwie in Strukturen verbinden, wirklich bestens geeignet. Wir können mal kurz in so einen Code mal reinschauen. Den hatte ich gestern auch schon mal ganz kurz angezeigt. Das ist hier das von Fernsehmühl aus dem Sendegate, der also jetzt hier einfach ein bisschen Mathe-Berechnung macht, auch schon schön sauber dokumentiert hat und im Wesentlichen dann hier einfach Reaper-Kommandos absetzt. Also Reaper.main on command. Das ist also jetzt der entsprechende Call, wobei hier diese Nummer wiederum eine Reaper-Action ist. Das ist das wirklich Coole, das habe ich auch erst vor einem Monat gefunden. Ihr könnt jetzt innerhalb von einem Lua-Skript nicht nur gegen die API entwickeln, sondern ihr könnt auch alles nutzen, was in der Action-List sich schon befindet. Weil da ist dann doch schon vieles für euch vorgebaut. Meistens ist man in der Situation, eigentlich ist diese Action schon ziemlich cool, mir fehlt nur diese eine kleine Facette daran, die haben sie irgendwie für mein Szenario nicht bedacht. Dann geht man einfach hin, baut sich ein schnelles Lua-Skript, wo man eben das bisschen Logik, was einem da fehlt, drum rum bastelt und ruft dann die eigentliche Action auf hier innen drin. Das klappt also ganz formidabel und genauso habe ich jetzt auch die Logik von meinem Button gemacht. Ihr seht die ganzen, also von dem Mute-Button, ihr seht jetzt die ganzen Skripte liegen auch bei euch lesbar im Verzeichnis. Was ist das denn hier für ein Kuddelmuddel? Das sind noch die Lua-Geschichten, die alten Python-Sachen dazwischen. Achso, ich hatte irgendwann mal was Altes installiert, egal. Ich zeige jetzt mal so ein Skript, so ein Klassiker. Das ist zum Beispiel jetzt einfach von mir eine Funktion, wo ich wirklich dachte, meine Güte, wieso gibt sie denn hier nicht. Nämlich, dass ich über die Zifferntasten jeweils einen Track selektieren und deselektieren kann. Das hatte ich gestern auch gezeigt. Ich drücke jetzt hier 1, 2, 3, 4 und die Sachen selektieren sich, weil ich es irgendwie doch immer, je nachdem, wie groß der Track so gezogen ist, etwas fizzlig finde, die Teile zu erreichen, wollte ich das einfach schnell auf der Tastatur haben. Gibt es aber keine Action für, warum auch immer. Das ist jetzt also hier der dramatisch komplizierte Code, um genau diese Funktion hier umzusetzen. Löst aber mal echt ein sehr konkretes Problem. Ich zeige dann jetzt ein bisschen was Komplizierteres, nämlich das, was ich gebastelt habe für diese Mute Envelope Geschichte. Da sehen wir schon, der Code ist auch jetzt ein klein bisschen umfangreicher. Ich habe am Anfang so ein paar Helfer Geschichten gebaut, beispielsweise hier eine Sache, dass ich auf einer Konsole, die Output, auch Debugging Output drauf schicken könnt. Also eigentlich ist das Ganze wirklich so eine kleine Programmier Framework Geschichte auch so. Die Leute sind schon ziemlich irre, die das machen. Kann ich also auf die Konsole was rauswerfen zum Debugging. Ich habe dann hier mir eine Funktion geklaut. In dem Fall komme ich gleich zu aus dem Internet, womit ich den State von einzelnen Buttons dezidiert als On oder Off setzen kann. Auch sehr cool, keine Ahnung, wieso das nicht als API Call generell schon drin ist. Und habe jetzt hier noch ein paar Helferfunktionen mir gebaut, die ein paar Dinge abfragen, den State von verschiedenen Zuständen innerhalb des Systems. Und hier meine Main ist die eigentliche Programmlogik, was in welchem Zustand von Reaper wie passieren wird. Beispielsweise ist jetzt hier eine Abfrage drin, läuft gerade ein Recording ja oder nein. Das sind einfach als Lua Script gespeichert und habe das Ganze jetzt hier einen Button hingesetzt und der Button macht nichts anderes außer jetzt dieses Lua Script aufrufen, das können wir uns angucken. Da sehen wir hier Script Ultraschall Mute Envelope Lua und der kommt auch mit dem State daher und schwupps ist die ganze Sache fertig. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen crazier zu machen, weil wie gesagt diese Leute bei Cocos wirklich zu viel Freizeit offensichtlich haben, haben sie auch noch gleich eine kleine Idee in Reaper eingebaut. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt, überhaupt noch einen externen Editor zu starten, auch das findet ihr hier in dem Actions Window. Da könnt ihr einfach hier unten auf Rearscript New gehen. Ich gebe hier mal irgendeinen Namen. Will das Ganze aber in Lua haben. Jetzt wird hier eine Mini IDE hochgefahren, wo ich rechts auch noch meine selber definierten Variablen mit ihrem jeweiligen State habe, wo ich ein bisschen Image Highlighting habe und ähnliches. Das finde ich jetzt schon einigermaßen bezuckernd. Mal eben gucken, ob wir die jetzt hier mal editieren können. Genau, das ist jetzt das Skript, was ich eben gezeigt habe. Und das habe ich jetzt hier einfach in der intern Reaper IDE drin. Und ich kann jetzt also hier die Sache starten und kriege dann hier richtig schön rausgegeben, so wie der State meiner verschiedenen selbst definierten Variablen sind. Das ist schon irgendwie geiler Scheiß. Also die Leute, die haben echt ein Karma Level so, wo ich mal denke, davon bräuchte es echt mehr Leute. Schade, dass sie unter Windows unterwegs sind. Ja, also für diejenigen unter euch decoden können, schaut euch diese API mal an. Wie gesagt, sie ist dramatisch schlecht dokumentiert, wo ich wirklich sagen würde, ihr habt so viel gutes Karma, schreibt doch mal eine etwas schickere Dokumentation. Was ihr aber machen könnt ist, nehmt euch einfach die Bezeichnung des jeweiligen API Calls in Lua und schmeißt es mal in Google rein. Eben dadurch, dass jetzt so innerhalb des US-Feldes um Reaper wirklich sehr vital ist, findet man eigentlich zu jedem einzelnen API Call etliche Skripte, in denen man das im Echteinsatz sehen kann. Und dann gucke ich also drauf und es gibt auch so ein paar echte Reaper Götter, die also wirklich viel cooles Zeug coden, alles davon auf GitHub natürlich und hier sieht man dann in welchem Kontext dieser API Call jetzt gerade funktioniert und kann sich daraus dann relativ gut ableiten was damit eigentlich so gemeint ist und was da vielleicht irgendwie noch so zu berücksichtigen ist und dann kann man sich quasi die API so ein bisschen reverse engineeren an der Stelle Okay und dieser Kombination das ist jetzt aber noch wirklich die unterste Ebene gewesen mit dem Lua Scripting Theme ist letztendlich der Oberbegriff über dem was wir oben drüber hatten kommt man dann eigentlich so seiner personalisierten perfektionierten Ultraschall anordnung doch schon sehr nahe ich würde jetzt in der Nachbereitung wo ich auch den Talk dann nochmal ein bisschen dokumentieren werde mit den verschiedenen Quellen die ich empfehle im Sendegate unterhalb unseres Ultraschall Ordners nochmal einen für Encore eröffnen wo wir dann vielleicht auch mal in so einen Austausch kommen können wo ihr irgendwie auf GitHub natürlich sammeln aber trotzdem auch so in der Vordiskussion habe ich hier alles bedacht gibt es noch irgendwelche Tricks und so weiter würde ich da ganz gerne so einen Unterbereich aufziehen wo wir dann ein bisschen Austausch haben und dann hoffe ich dass es ein paar coole Ideen von euch uns dann so überzeugen dass wir es dann auch unter eurem Namen und unter eurem Branding in unsere nächsten Releases mit einbauen können dann werden wir ordentlich Fame und Flausch über euch abwerfen das wäre es von mir vielen Dank gibt es Fragen wir haben vielleicht noch ganz kurz ja ich wiederhole die Frage einfach Versionsstabilität die ist zum Glück exzellent wir hatten bisher noch jetzt auch in zweieinhalb Jahren halt wo wir auch auf der Scripting Ebene unterwegs sind eigentlich kein API Call der irgendwo gebrochen wäre also da passen die schon drauf auf auch weil sie wissen dass das ein vitales Ökosystem ist sie machen es in der Regel so das seht ihr dann auch bei den API Funktionsbeschreibungen dass sie die alte Implementierung immer aktiv lassen und dann Version 2 und 3 oben drüber setzen also man hat relativ viele API Calls die hoch zählen weil sie dann im Nachgang neuere Features noch mit drauf gesattelt haben aber die alte Funktion bleibt einfach bestand also hier sieht man ganz ganz gut hier sieht man jeweils so die 1er und die 2er oder 3er Version Ja die Frage war wenn ich denn alles mal gebastelt habe wie übersteht das quasi mein nächstes Ultraschall Update wobei das wäre nochmal ein Spezialthema aber um jetzt schnell beispielsweise ein sehr angepasstes Setup von einem Rechner auf den nächsten zu übertragen müsst ihr eigentlich nur das machen mit dem ich auch eigentlich derzeit meine Releases baue also zumindest was jetzt diese reine Theming Ebene angeht da geht ihr auf Preferences General und geht dann auf Export Configuration ihr lässt einfach alles aktiviert und schreibt das Ganze weg dann bekommt ihr eine große Repa Conflict ZIP Datei und die wie es ist genau die die wir auch bei Distribution mit dabei haben die könnt ihr in ein beliebiges anderes laufendes Reaper einfach reinziehen immer auf OK durch importieren und danach habt ihr die ganzen Settings die ganzen Theming Dateien die ganzen Icons werden alle mit reingeworfen alles was ihr an Lua Skripten gebaut habt das passt alles in diese eine einzige Datei drin und so könnt ihr ein komplettes Setup sehr schnell von A nach B um ziehen Danke wichtiger Punkt OK dann vielen Dank